Endlich ist er am Zug. Herzlich Willkommen in meinem Königreich. Guido Kanz bestimmt die Regeln und hat seine Lieblingsspiele im Gepäck. Für mich geht es ja heute um einiges. Du bist unter Druck, du musst heute liefern. Wenn der Olli nur rückwärts zur Wand steht, ist der gefährlich. Der König der Kindsköpfe, Dienstag 20.15 Uhr.